zweite runde teamliga heute ban ban pick ok die haben den first pick ja ich ban schon mal kälter wir bannen li ming ne? ja bitte kein zuhl, bitte nehmt nicht zuhl, bitte first pick dann zuhl kerrigan auf jeden fall garne oder was ich auch heute in der eldenliga war fast jedes mal gsul first pick ich glaube eher kerrigan ja glaube ich auch noch gar nix oh da hat es da garne ok hast du die neue skillung? was heißt die neue skillung? hat die sich seit einer woche geändert? kommt drauf an was spielst du denn? also wie skillst du die? oh das weiß ich gerade nicht aus eigentlich aber beim letzten mal teamliga habe ich die ja genauso geskillt wo wir zweimal gewonnen haben was bannen wir? wo ist das? ähm reger utor etc mit dem divine shield schweiß schweiß willst du nochmal heal, bali? ja welchen? ähm funkelchen geht doch auch gegen moshpit ja genau lock die beiden mal ein weineberg ist ok zu lock die beiden mal ein ist für mich keine ansage eben wurde ich dafür angemault dass ich sie früher halt gelockt habe wieso ich hab doch nichts gepickt ja weiss ich hab du nicht immer sagen locken wolltest ja stimmt der megasort spricht häufig von sich in der dritten person ohha boah echt du bist aber mutig 2 mili did this 2 mili did this gegen etc ok ja ich mein aber ich kann auch die ja ne kann ich nicht oder kann ich die doch was weiß ich ob du die kannst komm das machen wir mal wow ja auf jeden fall weiß ich nicht aber das macht für mich mehr sinn wie äh doppel doppelmelee also weiß ich nicht wär glaub ich zu risky gewesen und immer schöne prison targets fokussen bitte jo oh 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 Ah, wir haben Gzul und Karrigan, was soll schon schief gehen. Haben wir letzte Woche auch gedacht mit Kälters und Liming. Ja, aber für Kälters und Liming kann man bestraft werden, weißt du? Fragt, ob ihr bereit seid? Äh, First Blood Mitte. Jo. Zweifelt nie an meinen Fähigkeiten. Oh Beineberg, schönes Pferd hast du da. Die Schlaf beginnt in 10 Sekunden. 5, 3, 2, 1. Ich spüre den Tod an diesem Ort. Bisschen zurück. Hm. Peikers, guys. Techniques range, die D. Neugier. Beinberg. Schade. Hier runter. Vero mal 4, ne? Gerade, also es sind noch zwei unten, Malf und ETC, sehr nice, Malf kommt hoch glaube ich. Da ist Roam, dürfen wir nicht die Lanes verpassen, einfach Lane machen, wieder ab nach oben, nicht auffallen lassen. Oh, back, back, back. Oh, weg, weg, weg. ETC kommt hoch glaube ich. Oh ne, der hat nur Münzen bezahlt. Glaub ich. Oder, ne der ist oben. So sei es. Ah. Ah, klar. Okay, ich bin tot. Hast du Münzen? Fünf Stück oder so. Ich hatte ja vorher noch neun Stück eingezahlt, übrigens die einzigen die hier eingezahlt wurden. Sollten wir mal machen. Wie ihr meint. Ja, ja. Hat die da in unsere Tau genommen? Nein. Nein. Nein, nein. War ein schöner Fight eigentlich. Jetzt pellen Gas. Jetzt haben wir da. Wirklich. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wir verheben. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, dass ich den Tod mit mir negativ sie verhindern. Wirklich. Schwierig. Das war sehr viel. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, dass du dich bist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie wir die Masse nicht mehr machen. Nein! Oh. Nice. Ah, da ist. Oh. 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 Hey, die Zicke mal unten ums abbauen. Das war Malftöl. Ja, ich komm Mitte. Fünfmal. Rüstung ist drauf! Ja. Ist er. Okay. Hab ich zu weit weg. Steffen, ne? Nicht zu krass reinpushen jetzt bitte. Ja. 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 Oder? Sind wir vollzählig? Komm, ich kann eine ultimen gleich. Wir müssen mal versuchen zu bezahlen jetzt. Wir haben nämlich genug. Und ein Teig ist alleine? Ah, schade. Hab ihn, hab ihn! Jo, danke. Pass auf, der macht Rauchspit. Ich bin ein Teig. Ich bin ein Teig. Ich bin ein Teig. Wundersch, das ist ein Teig. Ein Teig. vorsicht kaum noch ein mörder na ja lieber da raus ich push mal oben na komm zurück oben das war zu overextendet noch leben wir alle noch leben wir alle gut aus oder nicht mal Camps hier machen da kommt reiches da 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 für den Commander komm hier, die kommen ruhig auch noch boah Leute Nix ready, no mana Ich hatte sie doch Scheide Ich hau auch rein hier Ab jetzt gibt es Gefängnisbonusschaden Das ist mal Pain Das ist dann unser Hardcamp Oh mein, wir können das I machen Oh mein, wir können das I machen Kommen wir alle zu uns Dann können wir jetzt fighten Die sind nämlich noch keine 16 Wir müssen fight suchen WTF Good job Definitiv Ja Ich muss mal unten pushen, da sind's Warte mal, beinahe Weg, warte Ihr seid nicht zu zweit, ne? Just saying Ich warte auf die Juwelen, bringt dich zu den Altarmen, hält mir ihre Macht. Das ist der Schmerz. Ich muss auch gesagt vorsichtig sein, die sind eigentlich jetzt 16 Ich wollte schon sagen, die machen bestimmt 3-4-4 Ja, lass es deffen hier in der Mitte Nein! Sorry! Das wäre der Tod für ihn gewesen Jaina, Jaina! Nein! Nein! Na, jetzt alle Keeps weg, ne? Nein! Nein! Kannst du den Polo hoch? Ja, pass Hast du gesehen, wie der mit dem Gefängnis abgegangen ist? Alter Ja, ja Instant umgefallen, der ETC Komm, weiter Druck machen, wir sind 20 Wird die Siegel gefängnis? Ja! 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 Wird die Siegel gefängnis? Ja, das ist sehr gut Du kannst fängniszern noch zwei Nein, ich schüttete das Ding Ja, als Genau, auf Creeps warten und dann auf den Koran Äh, Tychus? BG Oh